Ich freue mich sehr und bin auch sehr glücklich darüber, dass Joka mich jetzt schon in der zweiten Saison unterstützt. Und der Hauptstadt der Firma ist in Kassel. Das ist wirklich fast eine Nachbargemeinde von meinem Heimatort. Und das merkt man auch ganz besonders an diesem persönlichen Umgang mit den ganzen Kollegen. Und die möchte ich hiermit recht herzlich grüßen.